Kaum rappelt es ein bisschen an den Märkten, schon betteln und schreien die Aktienmärkte. Also FED, du musst jetzt unbedingt um 0,5 in einer Notsitzung die Zinsen senken, weil das halt mir nicht aus den Schmerz, wenn es ein bisschen nach unten geht. All das ist super typisch, aber wird die FED das auch wirklich machen? Ich vermute eher nicht. Warum sollte sie auch? Warum sie nicht sollte? Oder warum das eigentlich unverhältnismäßig ist, das wollen wir uns in diesem Video mal anschauen. Aber starten wir erstmal mit der Bettelei, nachdem es ja beim Nikkei in Japan zu einem Crash kam, oder auch beim Topics dort, zweistellige Kurzverluste bei einem Index sieht man nicht jeden Tag. Zwei größter Abverkauf seit 1987, das hat zunächst mal ausgestrahlt auf die US-Futures und die europäischen Märkte. Jetzt sehen wir die typische Erholung, aber vorweg sei gesagt, das ist vielleicht nicht so fürchterlich nachhaltig, denn bisher sehen wir vor allem Eindeckungen von Put-Optionen, also Eindeckungen von Positionen, die short ausgerichtet waren, vielleicht als Portfolioabsicherung, vielleicht, weil der eine oder andere dachte, nachdem es schon fast 1000 Punkte nach unten ging, jetzt gehen wir mal short. Wie auch immer das zeigt, dass noch kein echtes Kaufinteresse da ist, jetzt aber starten wir mal mit dem, was das Betteln ist. Erinnert mich so ein bisschen an quengelnde Kinder an der Supermarktkasse. Diejenigen von denen die Eltern sind, werden das kennen, da wird dann hart verhandelt. Die Kinder nutzen die Genervtheit der Eltern aus, die endlich raus aus dem Supermarkt wollen und denken sich dann, okay, dann kaufe ich halt diese Süßigkeit, damit eine Ruhe ist. Und so wollen es die Märkte auch, etwa wie der Dauerbulle Jeremy Siegel, der immer von steigenden Aktienmärkten gesprochen hat und jetzt sagt er, also mindestens 75 Basispunkte bei jeder der Sitzungen bis zum Jahresende ist klar. Jeremy, mach mal, weil du es bist, Kel, gar keine Frage. Oder auch meiner zweitbeste oder vielleicht auch der drittbeste Freund von mir, der Eleno Musk, der sagt, also das war ein grober Fehler der FED, die Zinsen nicht zu senken. Kann man darüber diskutieren, ob die FED im Juli hätte schon die Zinsen senken sollen. Aber es geht diesen Herrschaften nicht um das Fundamentale, sondern um die eigene Geldbörse. Denn der Eleno weiß genau, wenn hier die Dinge kompliziert werden, dann wird er an Wohlstand verlieren. Wenn die Blase also ein bisschen platzt, wenn er ein bisschen Luft entweicht, dann schadet es dem persönlichen Wohlbefinden von Herrn Musk. Und das möchte man doch nicht. Weswegen man praktisch im Auftrag der Allgemeinheit für Zinssenkungen plädiert, ist klar, Elon. Aber so läuft eben das Spiel. Und schauen wir uns mal an, ob eine Zinssenkung angesichts dieser immensen Blase, die wir in den letzten Jahren aufgebaut haben, wirklich gerechtfertigt ist. Das erinnern wir uns, 2013, da war der S&P 500 mal bei gerade 1.750 Punkten. Und jetzt sind wir gestiegen über 5.600 Punkte. Und jetzt sind wir ein bisschen runtergekommen, ein paar hundert Pünktchen, aber nur 300, 400. Und schon ist das Gejammere groß. Wir müssen uns gemüsst uns retten, liebe Fed, weil sonst haben wir ein Problem. Und das wollen wir doch nicht, gell? Dabei wäre es für die Fed ja eigentlich ganz gut, wenn aus dieser Blase endlich mal Luft entweicht. Dann würden letztendlich die Leute weniger Nachfrage erzeugen, weil ihre Aktiendepots so durch die Decke gegangen sind. Und so würde dann eine Abkühlung stattfinden, die letztlich dann auch die Inflation besiegt. Aber das ist natürlich kätzerisches Denken. Also muss unbedingt die Zinssenkung her, nachdem ja der Nikkei so gecrashed ist, die Bank of Japan, die dann, als alle schon beginnen zu senken, plötzlich eben die Zinsen anhebt. Das sind wirklich die Master of Disaster, diese Herrschaften. Hier, Kuroda, der Schöpfer, wenn man so will, dieser ultralachsen Geldpolitik, Vorgänger von dem aktuellen Notenbankchef OEDA, 13,47 Prozent, dieser Wort, gell? Wenn der DAX mal 13,5 Prozent abstürzen würde, dann wären hier die Nachrichten voll davon. Wahrscheinlich werden wir heute in Börse vor acht erleben, dass, wie mein Kollege Claudio Kummerfeld geschrieben hat, wahrscheinlich dann über ein DAX-Unternehmen berichtet, das nicht ESG-konform gehandelt hat, gell? Dass irgendwie zwischendurch ja mal echte Panik am Markt war. Das ist nicht so wichtig, ne? Wir sind ARD, wir sind im öffentlichen Auftrag unterwegs und berichten über das Entscheidende. Das gilt ja für so viele Fragen nicht. Aber berichtet man über die Auflösung des Yen-Carry-Trades, also diesem Freelunch, das die Märkte bis zum Exzess getrieben hat, das überall übergegriffen hat, auf Commodities, auf Kryptos, auf Emerging Markets, vor allem auf Aktien. Also du leistest dir kostenlos, weil unverzinste Yen. Legst das irgendwo anders an, spekulierst du in Nvidia oder legst das irgendwo in US-Staatsanleihen an, wo es 5 Prozent gibt. Also war das der Volkssport, dazu hat der Yen noch permanent abgewertet. Das heißt, dein Kredit wurde immer weniger wert, was ja super ist, oder deine Kreditbelastung. Aber das geht so lange gut, bis es nicht mehr gut geht. Und dann ging es nicht mehr gut. Und wir sehen die Folgen dieser Enthebelung vom Nikkei über den mexikanischen Peso, über die Kryptos. Aber natürlich ist es nur ein kurzer Rücksetzer, meine Damen und Herren, kein Game Changer. Wobei, naja, ein bisschen KI-Euphorie ist rausgegangen, wie Ole Hansen hier von der Saxo Bank schreibt. Nachdem erstaunlicherweise die großen US-Tech-Konzerne noch nicht so richtig mit KI Geld verdient haben, wer hätte das ahnen können, schien doch alles dafür zu sprechen. Oder wenn man viele, viele Milliarden investiert und dann 2,50 Euro rauskriegt, dann ist das doch ein super Deal, hat man sich gedacht, bis man dann mal die Mathematik bedient hat. Und hier Christoph Barrow, also der besten Analysten, die Sie auf diesem Planeten finden, der versucht, hier die Gründe mal für diese Probleme heute Nacht und vor allem heute Vormittag zusammenzufassen. Positionierung extrem long auf der einen Seite, dann Pensionsfonds, die bereits im Juli ihre Positionierung für das dritte Quartal eingegangen sind, weswegen im August die Sachen eben schwierig sind. Die Buybacks werden geringer aufgrund der, naja, eher schwachen Earnings, die wir gesehen haben. Und all das noch mit Kommentaren von der FED, wie heute Gullspeed, der sagte, naja, also wir reagieren anders als die Märkte. Wir nehmen eine einzige Veröffentlichung wie etwa die Arbeitsmarktdaten vom letzten Freitag nicht so ernst, nehmen wir nicht so schwer wie die Märkte, die ja da doch stark reagiert haben. Dann haben wir noch diese geopolitischen Spannungen, dazu gleich mehr, dann dieser Arbeitsmarktebericht, die SAHM-Rule, die jetzt viel zitiert wird. Also diese eher linke Ökonomin SAHM, die jetzt gezeigt hat, dass wenn die Arbeitslosenquote in einem bestimmten Zeitraum um einen bestimmten Prozentanteil steigt, dann immer Recession. Okay, das ist jetzt in aller Munde. Aber vor allem eben auch NVIDIAs neuer Chip, der jetzt erst 2,25 kommen soll, Warren Buffett, der die Hälfte seiner Apple-Aktien verkauft hat, dazu NVIDIA. Dafür gibt es an der Wall Street 65 Kaufempfehlungen, eine Verkaufsempfehlung. Und Michael Guy jetzt sagt, NVIDIA ist eigentlich das Posterchild des Carry Trades, also sozusagen dieses Free Lunch über zum Beispiel den Yen und dann rein in NVIDIA. Das ist eine interessante These, aber die Märkte preisen jetzt eine 60% Wahrscheinlichkeit ein, dass die Fed in einer Sondersitzung die Zinsen senken wird. Und zwar nicht nur 0,25, sondern gleich um 0,5. Aber das wird, wie Albert Edwards hier schreibt, wahrscheinlich die Turbulenzen nicht beenden. Das zeigt ja dann, dass die Fed wahrscheinlich selber in großer Sorge ist. Das würden nach anfänglicher Euphorie dann wahrscheinlich auch die Aktienmärkte so interpretieren. Weiß man natürlich nie, aber so ist zumindest das Muster. Erinnern wir uns an Corona, als die Fed in einer Notsitzung die Zinsen deutlich gesenkt hat. Da ging es zunächst nach oben, dann steil nach unten, weil man sich sagte, oh Gott, oh Gott. Und wenn die Fed das jetzt macht, dann muss es ja ganz schlimm stehen, dass die Fed nicht mehr weiß als wir alle. Das hat sich bisher scheinbar noch nicht rumgesprochen. Aber ein Grund, warum auch für die Fed die Zinsen nicht zu senken, das ist der heutige ISM Index Service. Erinnern wir uns am Donnerstag, letzten Donnerstag, dieser ISM Gewerbe ja so schwach. Da hat man sich gesagt, okay, das ist bitter. Dann die Arbeitsmarktdaten am Freitag, oh, Rezession kommt. Heute diese ISM Daten um und bei, wie erwartet, 51,4, sehr ordentlich. Aber vor allem die Price is Paid Komponente mit 57,0, sehr, sehr heiß, muss man sagen. Preise steigen also dynamischer als noch im Vormonat. Und wir haben Employment, also die Jobs in dem Bereich von 46,1 auf 51,1, einer der größten Sprünge der letzten Jahre. Warum soll die Fed dann der Zinsen sein? Das ist die Frage, die man sich stellen muss, jenseits eben dieser Daten, die wir jetzt gesehen haben. Ja, die Daten waren schlecht, vor allem im Juni. Ja, das ist eine deutliche Abkühlung. Aber muss man dann gleich irgendwie Notsitzungen machen? Nur weil es ein bisschen nach unten gegangen ist an den Aktienmärkten. Das eben ist die große Frage. Auch die neuen Aufträge in New Order sehr, sehr stark. Und so heute Goldsby, eigentlich das dorfischste aller Fed-Mitglieder, der gesagt hat, naja, lass uns doch mal abwarten. Wir sind da ein bisschen entspannter als die Märkte, was die Zinsfrage betrifft. Aber die Politik ist natürlich nervös. Und die Märkte sind auch nervös. Wir sehen heute den Wix, der massiv gestiegen ist. Das ist das höchste Level seit der Pandemie, also seit dem Corona-Crash. 65,4 waren wir teilweise. Hier sehen wir, dass nur Finanzkrise und eben Corona-Crash waren zwischenzeitlich höher. Wir hatten am Freitag ja bei 23 geschlossen, sind dann hier nach oben gegangen. Also da sind schon die Vergleiche Corona-Crash und eben Finanzkrise, die hier bemüht werden. Und ja, wir sehen ein bisschen Furcht jetzt. Allerdings beim Fear and Greed Index, da spielen ja bestimmte Komponenten eine sehr, sehr starke Rolle. Aber JP Morgan sagt jetzt, hm, der einzige Trade, der konstant funktioniert hat in Wahljahren oder wenn es in Richtung der US-Wahlen geht, ist ein Negativ-Momentum-Trade. Also verkaufe die Gewinner und kaufe die Loser. So das, was ja teilweise schon gespielt wurde. Stichwort Russell 2000, Stichwort Nasdaq, als man Nvidia & Co. verkaufte und etwa der Russell 2000 nach oben gegangen ist. Aber die Rezession, die könnte doch anklopfen. Wir sehen heute das erste Mal seit langer, langer Zeit, dass die Zinskurve entinvertiert ist, positiv ist. Die 2- und die 10-Jährige jetzt also wieder sozusagen in einem normalen Verhältnis oder in einem normaleren Verhältnis normalerweise rentieren. Längere laufende Anleihen, ja, mehr als kürzer laufende Anleihen. Und St. Donald hat sich geäußert und gesagt, seht ihr, das ist alles wegen der Kamala. Die Kamala, die hat es nicht im Griff. Da sehen wir doch schon, dass der Crash da ist. Und man kann sich natürlich vorstellen, dass St. Donald, und das hat er mehrfach ja auch gesagt, lieber jetzt den Crash, also bevor der Wahl, als wenn ich dann dran bin, gell? Weil da kann es ja kein Crash geben, weil ich bin ja St. Donald, da steigen ja Aktienmärkte. Aber natürlich, die Kamala Harris, die scheint, naja, vielleicht im Amt nicht gewachsen zu sein. Bisher kein einziges Interview, das sie gegeben hat. Das ist nicht gerade im Sinne der Demokratie, könnte man sagen. Man will ja schließlich wissen, was diese offenkundig nicht wirklich gewählte Frau eigentlich vorhat, wenn sie denn Präsidentin würde. Zurück zu den Märkten, meine Damen und Herren, Nasdaq 100. Und wir sehen, ja, da sind wir im RSI natürlich schon ein bisschen ausgebombt gewesen. Aber dann ging es ja wieder nach oben, weil einfach viele Putz eingedeckt wurden. Kommen wir da nochmal zu diesen relevanten Widerständen. 18,250 ist Gap Closing. Das wäre ganz typisch, wenn es da nochmal hingeht. Klar, überverkauft, gar keine Frage. Aber schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Hier sagt zum Beispiel JP Morgan, naja, es ist vielleicht nicht die Weise, jetzt den Dip zu kaufen, sondern vielleicht solltet ihr überlegen, netto short zu sein. Und auch wenn wir ein bisschen closer zu Buy the Dip kommen, als wir es vorher waren, schwer zu sagen. Nur Murat dagegen warnt. Also schaut euch den VWIX an, also die Volatilität, die lügt nie. Und man sagt vor allem Volkontrol Funds, die werden verkaufen. Also Funds, die letztendlich das tun, was hier in diesem Text beschrieben ist. Wenn bestimmte VOLA-Marken überschritten sind, dann bleiben die aus dem Markt, gehen nicht in den Markt rein und bleiben in Richtung Verkauf unterwegs. Ob man da recht hat oder nicht, wird sich zeigen. Aber wir sehen auf der anderen Seite, dass der Nasdaq einen wichtigen gleitenden Durchschnitt, nämlich den 50er MA, gehalten hat. Der Nasdaq 100. Aber wir sind eben aus diesem Aufwärtstrendkanal rausgefallen. Also das wird eine spannende Geschichte. Das wird nervös bleiben. Es wird massive Rallys geben, wie wir sie ja heute schon auch gesehen haben, vom Tief aus gesehen. Dann wieder heftige Abverkäufe. Das ist alles wohl drin in letzter Zeit. Aber eins ist klar, das Entlassen von Kolanovic, von JP Morgan, diesem bärischen Überbleibsel, das war praktisch das Top, das wir gesehen haben. Seitdem geht es bergab. Davor auch Mike Wilson, wenn also die Bären sozusagen verdammt werden, dann ist das Top nahe. Wie wird es weitergehen geopolitisch? Das könnte jetzt noch ein Faktor werden. Die Iraner haben eine sogenannte Notam-Message gegeben, also gewarnt, den Luftraum nicht zu betreten zwischen Iran und Israel. Weil die Israelis haben wohl die Message gegeben an den Iran, wenn hier Zivilisten zu Schaden kommen bei uns, dann werden wir eure Atomanlagen beschießen. Also das könnte auch noch eine ziemlich heiße Geschichte werden, die sich da abspielt. Insgesamt zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. FED-Mitglied über Zinsen. Wir reagieren anders als die Märkte. Noch mal das, was Goldspiel gesagt hat. Wichtig zu wissen aus meiner Sicht. Gerne weiterempfehlen über Social Media. Und die zweite Empfehlung, meine Damen und Herren, was passiert eigentlich mit Gold? Zunächst nach oben gegangen, dann unter Druck gekommen. Why is that the case? Das ist die zweite Empfehlung. Gerne auch teilen über Social Media, diese Debatten, die Sie da oben sehen. Einfach draufklicken an Freunde, weiterleiten. Würde mir freuen. Und jetzt sage ich erst einmal Servus. Ciao.